sie sind wir wieder bei Let's Play Adventure Map mit dem Igor der hier alle eben ein Cheat gefunden hat dass man den ganzen Anfang nicht machen muss aber ich sage ihnen nicht nein ich mich zu dauernd ab perfekt für die Folge aber ich schätze es hat irgendwas mit Wasserfall oder Haus zu tun eins von beiden Wasserfall tipp ich dann tipp mal nein wo bist du ja ich habe gerade wieder den schönen Cheat ausgenutzt aber man muss den Pilz Jump schaffen also da wo der Pilz so hoch und runter geht den muss man schon geschafft haben ne den muss man schon nein man kommt von Anfang an hin von ganz am Anfang ja dann komme ich mal hallo viel Spaß achso man muss ihn danach schaffen wie achso ok oh ich bin natürlich zu doof um den Cheat zu nutzen wenn das der ist sorry was ist ich habe da so einen Block abgebaut hä wieso warst du in Creative Mode ja ich wollte ihn in Creative wieder hinsetzen aber es ging nicht ich habe sonst echt nichts gemacht ja what the hell da kommt man ja auch noch hoch wo wo ich bin achso ne da kommt man nicht gut gut Mist nur woanders muss ich dann lang ja jetzt hat das auch nein yes jocles dann ist wenigstens der ey du hast da einen Block weg ja ich weiß sowieso ja auch sind wir auf dem Weg warte ich habe ne Idee ich weiß nicht soll mir erst sprinten wenn das wenn der schon nein sprittest du erst wenn er oben ist oder schon davor das ist eben genau die Frage ja davor rentiert sich nicht nicht ich stelle mich weit vorne hin bin oben und go hab's geschafft was mach ich einmal zeigen wie es geht und dann wunst du auch schon jetzt aber schneller oh 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 hallo das ist ja lustig es ist eben weil ich hier kannst ja auch von Anfang an das ist nicht ein bisschen schlecht mir ist schade aber mich stört sich mal ich hab's rausgefunden und geschaffen nein siehst du mich ich schaffe sein hier kann man auch noch mal guten Tag sein lol ich sehe dich m jetzt direkt wieder die Prostphase an eck gehe ich hier schon richtig hoch oder gibt es auch leichter und schon hier hoch kommen er schon da ach so ne 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 auf dem Zaun das ist nicht leichter nö finde ich nicht doch ist es schon für mich nicht weg da wie das leichter ist nein probier's mal aus ich hab's schon ausprobiert nicht geschafft wirklich ja wirklich ist nicht so schwer ey mach mal dabei den ähm einen Block hier wieder hin Monster darf man nicht zuviel eksparen ne mann der sprintet einfach nicht das gibt's doch nicht ja mal wieder toll meine Jumpske ist bewiesen hier muss ich schon mal sagen ach Gott nein keine Wölfe doch nicht nein wieso denn nicht beziehungsweise in dem Video oben sind sie eigentlich wahrscheinlich Eisbären da kann man nicht wegschlagen warum nein alles voller Wölfe schneller nein jetzt machen wir lieber mal den Block hin meine Güte für nichts bist du da das geht nicht wieso nicht kann ich höchstens ein Dirt Block machen nein wieder nicht jetzt reicht's aber das genügend um mich nicht zu stören auf den bleiben beiden Blatt und vor allem die SAU uns von den Hälften nein da werden sich die Zuschauer freuen ja ich hoffe ich hab's leise genug für euch Zuschauer damit ihr euch nicht ärgern müsst oder soll ich mal einhitten dass sie mal ein bisschen weggehen ja nur ein paar wenigstens ich hab einen gehütet aber irgendwie will keiner auf mich weil ich gerät habe so lol sie greifen mich nicht an ja du bist auch in creative du hier ist ja trotzdem ich hab gedacht ich hab nicht geschlagen man ich schaff diesen Jump einfach nicht wie vorne hinstellen und dann doppelklicken wenn er schon oben ist oder ja meine Güte geschafft ja du gleich nein ich hab Wolf geschlagen nein 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 schnell golden ablässen nein 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 ich bin tot wie jetzt kommt die Wölfe wieder kommen sie ich bin gespannt ob sie kommen nein sie kommen nicht aber wie sie sich alle tummeln da wo ich gestorben bin nicht wie sieht so geil aus du stehst in der Mitte und alle sind um dich rum sind sie aber eh gotts dank fast alle unten wartet die oben kill ich zumindest so die oben sind weg nicht 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 die nicht 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 pass nein n 2 r ich muss hier kratz ja geschafft endlich GZ, GZ, GZ was ist das? nein nein ich weiß ja nicht mal wo ich hin muss wo muss ich weiter? Ich seh's nicht nein bist du unten? ja wie das? wie bist du runter? ja warte ich geb dir welche von meinen, nicht vom Creative hinter dir danke nicht nicht schrecklich die kleine Welt die irgendwie so oft wie wie wir die scheiß roten Augen und Uhr im letzten Moment weiß ich glaube ich muss die jetzt alle killen weil ich hab die damals geschlagen in Kreativ sobald ich jetzt so weit wie geht so weit ich so weit in so weiter geht nämlich scheiße ich bin es dann wirklich das letzte was wir wollen aber zwar irgendwann müssen es machen aber ich glaube probierst du noch kommen er ist sehr spät halte ich meine wird 20 Folgen lang an einem Scham stehen macht es doch für keinen mehr Spaß es zuzusehen ich muss die Wölfe killen ich muss die oah immerhin ist mit 1.6 jetzt rausgekommen dass man mit dem Schwert wenn man mit dem Schwert schlägt die Welt nicht mehr zerstört in Kreativ das ist gut gemacht finde ich ich auch ein sehr gutes Feature so muss es sich hier lang an der Seite entlang ja ne warte ich weiß es nicht ich schaue einfach mal ach du bist schon so weit was machst du schau mal ich bin hier drauf und schau mal wo ich bin hier bin ich drauf gejammt und dann bin ich hier rüber gejammt und hier hoch ja scheiße ja aber so geht's auch so ist richtig lol nein hast du hier ist ein Checker willst du damit sagen ich hab's falsch gemacht was schafft man den Sprung von hier aus auf die Leitern so sollte gehen der ist auch nicht ganz einfach und jetzt also den letzten Sprung aber man hätte doch von Anfang an hier schon hingehen können ich kapiere das nicht komische Adventure Map äh Parkour Map ist ja eigentlich aber egal ist das auch eine Adventure Map ach komm ja ok dann machen wir es aber ab jetzt man muss immer so weit kommen bis man da vorbeikommen würde oder dass man es nur als Checkpoint nutzt man darf halt nicht vorgehen einfach ja ok man darf sowas nur als Checkpoint nutzen ja ja gut weil es ist aber der Sprung ist sau schwer hier ja ich bin es bisschen schade dass es so gemacht ist ja sehr schade weil das ist nicht so schwierig das zu beheben ja endlich mal wieder den ansprung hallo 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 ja oh danke endlich ist so und jetzt weg hier ja mein bett ich brauche mein bett mein bett hallo sagen hallo liebe freunde Ups eingebildet zerstört lol ich hab's marakte gefunden ich weiß lol ja so hab ich auch schon gesehen aber nicht genommen das ist du haben darfst meine gleiche mal hallo 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 es gibt einen aufwachschlag jetzt hör auf hör auf hör auf ja du hast die golden apples genommen mhm ich darf aufmachen wieso du ich geh durch oh nether also wer feieres ist es jetzt gut ist es stimmt was ist eigentlich wenn wir alle unsere goldenen Äpfel verlieren und dann nix mehr warte ich tue mal zur sicherheit noch mal wieder Paul in die Truhe nehmann kommt nicht mal zurück scheiße jetzt muss ich echt über Lava springen doch mal kommt zurück nein nen vierer Sprung über Lava ah was ist denn das für ein fuck ja geschafft ha 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 hier muss ich warten auf dich ich warte auf dich ich schau dir kurz du wieso jetzt will ich dich sehen hm schwierig oder fuck ich brenne hier ha ne ich mach doch weiter ja weil das mir etwas zu lang dauert sag wenn du beim vierger jump vor der Lava bist ja ich brenne hier es ist ja voll kacke wenigstens irgendein Wasser zum abkühlen wie überlebst du es wenn du brennst ja ich habe ja nur gebrannt und habe einen goldenen Apfel dann gegessen und rink in der Nähe ich ja auch jetzt müssen wir mal kurz zuschauen so schwer ist es ja nicht wo ist denn der vierte schon über die Hau ist dann zu sehen aber auch ein bisschen da oder da noch nicht ach im Lauf im Lauf wenn schon denn schon würde ich sagen ups was passiert hier ja klar und wie lang warte mal warte mal wie soll man denn das schaffen viel Spaß ach man kann die weg machen darf man das schon oder survival ja komm ja von hier oben hihihi wie viele sind es die rausfahren einer statt lieber von bisschen weiterhin nein und dann schaffe ich nicht mal so wo ist das nein ich hab's auch nicht geschafft ich stehe in der Lava raus hier nein was zweites Leben in Lava zu escape zu mir vergeben Loll Loll wahrscheinlich weil du mich als letztes gehittet hast du also die Meldung habe ich noch nie gesehen wo ist ein Fakim Checkpoint noch ich fange noch mal von vorne an bei diesen Dreck aber wie es soll ich denn hier ich habe jedes Mal wieder Angst um meine goldenen Äpfel ich habe jetzt einfach mal zwei Steckten der Träue gelagert und immer 16 mit vor nein ich habe den Sprung zum Sport die Städte oh man nein 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 ich will nicht nach nein die Emmerals sind weg die Emmerals sind weg die Emmerals sind weg was du hast unsere Emmerals verhauen ja was soll ich denn sonst machen behalten nicht sterben was weiß ich alles um unsere Emmerals zu behalten scheißendreck scheißendreck oh 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 ach so den Sprung habe ich schon mal gemacht so auch vier oh oh nein scheißendreck scheiß vierer Sprung ja nein ich bin so doof du glaubst nicht scheiße ich habe den scheiß Sprung mit der mit der mit der Druckplatte geschafft ja und dann springe ich aufs nächste Teil ganz normal und läuft drüber und dann springe ich dort einfach weiter weil ich gedacht da muss ich weiter dabei geht es da gar nicht weiter er springt halt zurück ja kann man nicht dafür wenn die Lava da ist nur eine Wand ich hätte gedacht das so eine Plattform ach so ja bist wieder am Sporn her ne ich bin schon wieder weiter ja ja viel viel weiter bin ich hier bisher habe ich den vierer Sprung hier noch nie verkackt yes was wie immer im Lauf ne doch das kann ich überhaupt nicht im Lauf doch es bringt's wirklich nein nein schnell raus hier aus der Lava Golden Apple Essen Regeneration Regeneration ich glaube ich überlebe es ich werde es überleben so oh 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 ich die bis jetzt ja vier Sprung oh yes ich schaff's hast du schon alles geschafft nein ich hab's überlebt ich bin nur im Sporn hier Druckplatte wie mache ich das am besten du läufst und hinten drüber also du bist unaktiviert ist sie unaktiviert und dann also du bist dahinter dann springst du schon möglichst früh ab wenn du nachdem du drüber läufst okay von oben oder von unten von dem ach so von oben schon auf dem block am block danach abspringen oder so weil sonst müssen die zeit nicht okay naja diesen jump denke ich werde ich erst in der nächsten folge riskieren ein nächstes mal ich würde sagen tschüsskowski bis zunächst mal tschüssko